Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von dem Supermarkt-Simulator oder so ähnlich. Weiter geht die Weltherrschaft und das Imperium von einem Supermarkt. So, weiter, weiter, weiter. Ja, wir müssen mal eben alles wieder befüllen. Wir haben schon relativ viel verkauft am letzten Tag und machen mal eben die Regale alle wieder voll. So, hier ein bisschen, dort ein bisschen, dort ein bisschen und überall anders noch ein bisschen. Was haben wir hier? Toastbrot. Das kriegen wir auch komplett weg. So, da haben wir Eier. Eier, Eier, Eier. Die machen wir da hin. Was haben wir hier? Nudeln. Da bleibt ein Päckchen übrig. Dann haben wir hier noch den Käse. Dann haben wir nur noch eine Kiste da und dann können wir aufmachen. Den Bums. Tup, 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 tup. So. Okay, dann machen wir auf. Und schauen mal, was dieser, Entschuldigung, Tag so bringt. Schauen wir mal. Genau, also. Was ist denn eigentlich so der nächste Step? Also, eine Kassiererin einstellen wäre, weil cool ist. Aber das dauert noch ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen. Wir können noch einen größeren Verkaufsplätzchen machen. Wir können neue Produkte uns kaufen. Erdnussbutter, Mehl, Olivenöl, Spaghetti-Nudeln, Reis und Salz. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, wa? Bräuchten wir einmal 400 Dollar. Bräuchten wir einmal 400 Dollar. Und natürlich dann auch ein bisschen Platz, ne? Also, ich würde jetzt sagen, wir machen 350, dann erweitern wir unser Schuppen. Huch, da wollte ich hin. Und dann schauen wir mal weiter. Zwei. Ich war jetzt gerade wirklich am überlegen, hatten wir nicht schon den Laden erweitert, aber tatsächlich nein. Mein, äh, ach. Mein, dieser Husten. Dieser Husten. Ähm. So. Kauft fleißig ein. So, einmal mit Korde BD. Natürlich. Auch mit Korde noch besser. Und. Uff. Ähm, zwei Dollar. Okay. Okay, jetzt gerade. Verkaufen sich die Waren gut? Was ist denn los? Aber Werbung geschaltet oder was? So, können wir jetzt mal ein bisschen wieder befüllen, ja? Danke. Tschüss. So, dann gucken wir mal, ob wir hier schon mal wieder ein paar Kistchen wegbekommen. Das ist schon mal eins. Äh, da wird nichts sein. Dann haben wir hier noch, äh, das da. Haben wir die Kiste auch weg. Kaffee. Zwei. Perfekt. Ähm, Eier. Ich glaube, da wurden noch gar nicht so viele verkauft. Ähm, Milch. Auch nicht. Ich komme sofort. Ich mache nur mal voll, dass sie danach auch noch was kaufen können. Hi. Da bin ich schon. Wuppala. So, einmal mit Kale. 27,83 bitte. Danke schön. Tschüss. Schönen Tag noch. Ähm. So, 0 Euro. Das ist nochmal die Beste. Ähm, wir kaufen uns tatsächlich aber doch nochmal. Hm? Oh, da steht ja einer. Ähm, so. So, 25,30. Ähm, also, wir kaufen uns einmal den... das Upgrade für größer. Und wir kaufen uns einmal im Markt alle Sachen. Ähm, bis auf das Öl, was wir schon drin haben. Das ist gut, ne? Das Öl kann wieder raus. Das Leidenöl haben wir nämlich noch ein paar. So, und dann kann nämlich das da mit rein. Und dann brauchen wir... Hä? Jetzt bin ich durcheinander. Ne, dann brauchen wir nämlich gar nicht mehr zu kaufen. Genau. Oh. Entschuldigung. Ähm, Entschuldigung. Entschuldigung, dass ihr wartet musstet. Ähm, ich gebe Gas. Entschuldigung, vielmals. Ähm, ich habe doch... Hey, ich habe doch... Okay, jetzt bin ich... Jetzt bin ich wirklich komplett verwirrt. Ähm, ich habe eben das Spiel kurz unterbrochen. Hatten wir eben nicht schon... Die Erweiterung. Ähm. Okay, jetzt bin ich... Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Also ich bin eigentlich jetzt gerade der felsenfesten Überzeugung, dass wir die Erweiterung schon hatten. Ich habe eben kurz, äh, einen kleinen Break gemacht, weil ich einkaufen war. Ähm, habe das Spiel dann neu gestartet und habe gesagt, fortsetzen. Und hier bin ich jetzt gerade gelandet. Okay, also irgendwas stimmt hier nicht. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin mir nur noch nicht so ganz sicher, was jetzt hier... Also ich meine, wir hätten doch schon eine Erweiterung gemacht, oder nicht? Haben wir nicht gesagt, dass wir jetzt Lichter kaufen? Also irgendwie... Kommen wir gerade hier sehr spanisch vor alles. Naja. Ähm. Äh, scheinbar ein Bug. Scheinbar ein Bug. So. Ähm. Das Mehl. Müssen wir immer am Morgen aufhören? Oder was? Ich bin jetzt gerade wirklich verwirrt. Jetzt gerade bin ich wirklich verwirrt. Äh. So, das da rein. Das Öl. Das bringen wir kurz raus. Ich bin so verwirrt. Okay. Äh. Das. Und 4 Dollar. 70. Hier kriegst du ein ganz kleines Zeug. Äh. Äh. Mit Kadel. Mit Kadel. Und 40 Dollar. Hallo. Nicht so viel hier. Äh. Äh. Irgendwas ist auf jeden Fall hier falsch gelaufen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ähm. Also irgendwas ist hier falsch gelaufen. Ich bin. Aber. Ja. Können wir wohl nichts machen dran, ne? Also. Fürs jetzt nicht war's. Deswegen müssen wir leider erstmal so weitermachen. Und machen einfach nochmal neu. Ist ja nicht das Problem. Ist ja nicht. Oh. Alter Schwede. Ist ja nicht das Problem. Und 56. Was hast du nicht gefunden? Mehl? Oh. Tatsächlich. Ähm. 20. Ja, ja. Du hast keine Mehl gefunden. Ich weiß das doch schon. Ich bin doch schon dran. Ich bin doch schon dran. So. Äh. Wir machen das Wasser voll. Dann das Mehl voll. Und alles andere. Können wir eigentlich auch am nächsten Tag machen. Ähm. So. Also. Äh. Mehl und Wasserflasche. Mehl und Wasserflasche. Ähm. Ich frag mich gerade wirklich, was hier passiert ist. Ich bin ehrlich. Ich bin aber noch nicht. Äh. Im Klaren darüber. Also irgendwie muss. Scheinbar der Spielstand nicht richtig gespeichert worden sein. Ähm. Ja. Leider. Das ist auch kein Mehl. Das sind die Cornflakes. Die wir komplett wegbekommen. Das sind Eier. Scheiße. Hätte ich das mal mit den anderen Eiern erst gemacht. Ne. Äh. Mehl. Haben wir komplett. Und hier haben wir. Den Reibe Gas. So. Dann können wir den Schuppen nämlich jetzt aufmachen. So. Und ab die Fahrt. Also wir brauchen auf jeden Fall noch einmal Mehl. Einmal Öl. Einmal. Zweimal Kaffee. Okay. Also. Ähm. Wir gehen shoppen. Einmal. Einmal Öl. Zweimal Mehl. Zweimal Kaffee. Käse nehmen wir auch mit. Wollen wir mal ganz kurz gucken. Ah. Passt. Passt. Da will schon jemand ein bisschen Wasser heute Morgen. Bitteschön. Ähm. So. Können wir das nämlich auch noch mal füllen eben. Einmal den Kaffee noch nachfüllen. So. Den Kaffee schmeißen wir kurz hier hin. Die kassieren wir ab. Äh. Null Dollar. Zurück. Das sind wir die liebsten. Mehl. So. Das Mehl schmeißen wir kurz hier hin. Und das Öl räumen wir ein. Okay. Perfekt. Gut. Ähm. Das kann man nämlich dann. Hups. Meine Herren. Äh. Wegschmeißen. Ich bin schon da. Ich bin schon. Pass. So teuer ist Kaffee? Okay. Interessant. Ähm. 31.16. Tschüss. Ähm. So. Wir füllen halt immer so ein bisschen immer direkt auf. Nee. Das ist immer ein bisschen schöner. Ich mag das. Ähm. Ist irgendwo was wirklich leeres? Nee. Das war nur eine tatsächlich. Da ist wieder einer. Hi. Äh. Danke. Läuft doch. Ähm. Läuft doch. 30 Dollar nur 6. Äh. Also da mit dem Speichern hat das jetzt ein bisschen komisch. Aber naja. Ähm. Hm. Sehr kurios. Sehr kurios. So. Das. 5. 7. 8. Brauchen wir irgendwas. Wasser können wir nachfüllen. Uh. Tatadam. Dann. Ihnen können wir nachfüllen. Ich komme sofort. Tatadam. So. Gutes Frühstück. Gutes Frühstück. Äh. 51. 8. 64. Geht ja langsam raus. Nicht schnell hier. Jetzt gibt die Stimme komplett auf. Und immer besser. So. Das da hin. Das hier hin. Dann haben wir die auch weg. Äh. Den Kaffee will keiner, ne? So. Jo. Ich bin da. Oh. Groß Einkauf. Oh. Hi. Äh. Äh. Tschüss. Kriege ich noch ihre Telefonnummer? Oh. Die hat sogar ein Tattoo da hinten. Ai, ai, ai. Arschgeweih. Ai, 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 ai. Hoppala. Ähm. Ja. Ich bin schon wieder da. Entschuldigung. Äh. 2 Dollar. Äh. Äh. Ab die Fahrt. Ich hatte sogar ein Arschgeweih. Ei, ai, 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 ai. So. Dann weg damit. 5,98 Euro. Und 26,88 Euro. Tschüss. So. Machen wir schon mal die Funzel an. Wird langsam dunkel. Ähm. So. Eier. Eier laufen gar nicht. Milch. Läuft auch nicht. Wasser müssten wir holen. Ähm. Der Käse ist auch so gut wie wieder weg. Kaffee, Kaffee, Kaffee drauf. Nudeln. Okay. Also nochmal. Scheiße. Wird bin ich raus. 18, 11. So. Doch mal. Ähm. Wasser. Käse. Wasser, Käse, Nudeln. Wasser, Käse, Nudeln. Ähm. Wasser. Käse. Nudeln. Nudeln. Ich muss noch ganz kurz gucken, waren es vier oder waren es? Okay. Perfekt. Immer mal gucken. Äh. So. Dann. 8,83 Euro. Wir müssten mal gucken, ob, wenn wir voll bestellen, ob es sogar nicht dann noch günstiger ist. Ähm. Natürlich bezahlt man mit 80 Dollar. So. Weg. 2,90 Euro. 2,90 Euro. Und weg. Also. Ähm. Wir haben hier neue Ware bekommen. Mal ganz kurz die Nudeln hier reinstopfen. Mal ganz kurz den Käse voll machen. Ich komme sofort. Entschuldigung, dass ihr warten musstet. Äh. 3,75 Euro. 57 Euro. Und. Buch. Nein. 9,40 Euro. So. Okay. Äh. Raus hier. Ähm. Milch. Ah ja. Gar keiner gekauft. Interessant. Ähm. Kaffee ist noch da. Hier müsste noch das Wasser drin sein. 11,96 Euro. Rein mit dem Schund. 15,57. So. Ähm. Okay. Der ist leer. Klack, klack, klack. Äh. Die ist leer. Klack, klack. Äh. Da steht schon wieder jemand. Heieiei. Die. Gebt mir richtig das hier. So. Okay. Ähm. Ja eigentlich wieder alles einmal. Wird halt schon wieder eng hier. Ah. Da ist jemand, denke ich, dem man ein bisschen Milch kauft. Das ist doch. Äh. Auch gut. Äh. So. Dann brauchen wir hier. Hier und da. 30. Tschüss. Oh. Da kommt noch einer. Da kürt noch einer. Oh. Noch einer. Ja. Noch einer. Perfekto. Kauf ruhig alle ein. So. 30,77. 73. 30,73. Ähm. Ähm. Ich schaffe mir Stufe 9 heute noch. Nee, oder? Hm. Ich glaube nicht. Nee. Das sieht nicht danach aus. 12,46. Nee, leider nicht. Okay. Tag beenden. Ähm. Fanden die Produkte zu teuer. Und dann sollten wir gleich mal durchgehen. Ähm. So, wir hatten ja jetzt gesagt, also drei Rohstoffe, eins, zwei, drei Kosten, Versand 2 Euro. Eins, zwei, drei, kostet sechs, äh, vier Euro. Eins, zwei, drei. Kostet acht Euro. Okay. Das ist gut zu wissen. Dann würde ich nämlich von vielen Sachen einfach immer mal doppelt kaufen. Ähm. Was wir einfach ein bisschen, alter Schwede, Vorrat haben. Ähm. So, ach ja. Wir sollten immer erst die Produkte nehmen, bitte, die vor Ort sind. So, das ist das. Milch. Hierhin. Hallo. Ähm. So. Da passt jetzt natürlich nichts mehr rein. Okay. So, dann haben wir sie sonst alle. Ähm. Ja. Super. Äh. Super. Brauchen wir irgendwas ganz dringendes? Nee, ne? Ähm. Nudeln wären ganz dringend. Brot. Muss denke ich auch relativ leer sein. Ja. War auch. Äh. Kaffee sieht noch gut aus. Cornflakes. Müsste eigentlich auch komplett leer sein, ne? Jojo. Kriegen wir auch komplett weg. Ähm. Cornflakes. Ups. Ah ja. Müsste. Müsste noch darin sein. Genau. Toastbrot habe ich auch gerade schon aufgefüllt. Kann auch erstmal weg. Ähm. Brauchen wir auch nicht. Milch brauchen wir nicht. Äh. Mehl. Würde ich erstmal dabei stellen. So. Genau. Die habe ich auch noch gesucht. Ein paar neue Nudeln. Äh. Scheiße. Ich glaube da kriegen wir eine komplette Kiste weg, oder? Doch noch nicht ganz. Ups. So, was haben wir hier noch? Öl. Brauchen wir erstmal nicht. Hallo. Komm mit. Hier liegen sogar noch zwei. Ähm. Kaffee kann weg. Wasser kann weg. Und der fährt über unsere Kisten. Ey. Und da haben wir noch. Okay. Ähm. So. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz nach den Preisen. Weil die Leute beschweren sich ja jetzt hier gerade. 6,98 Euro. Da müssen wir aber mal ganz knapp. Ganz kurz dran. Ähm. Das ist zu teuer. Das gebe ich euch recht. Das ist auch zu teuer. Da gebe ich euch auch recht. So. Was haben wir hier? 5,85 stimmt noch. 3,12 stimmt. Öl. Stimmt. Kaffee. Stimmt. Mit Wasser. Wasser stimmt nicht. 2,55. Und hier haben wir das 4,17. Und da haben wir Milch mit 2,46. Okay. Perfekt. Wir haben alles gemacht. Wir können also eröffnen. Und das machen wir dann wieder in der nächsten Folge. Ich sage bis dahin. Tschüss. Vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Tschau.